Ja, schönen guten Tag. Ich wollte jetzt einmal das hier nur ausprobieren. Hab auch nicht viel Zeit, weil mein Telefon klingelt. Was steht da? Jesus saves. Aha, aha, aha. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hallo, 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 hallo. Hey there, stranger. Welcome to the downtown district. Stick around if you wanna learn what's going down. Hä? Wenn ich lernen will, was untergeht. Apart from neutral areas like this one, the city is carved up between three folding gangs. The Taibatsu in grey, the Loonies in green and the Yakutsats in blue. Aha. You wanna work for the gang, you follow their colored markers to their phones and pick up a job. But, mark sure, you have enough respects. Remember, respect is everything. So be careful who you kill. Spilling on gangs blood will reduce their respect for you, but increase your standing with a rival gang. Yes. Yes, we can. Kevassas, be warnet. You start killing innocent people and the cops will bust your balls. I have no balls. I am a female. But the way a church like this... Hä? But, ach, by the way, a church like this is... A church like this is the place to save your progress, but only after you finish a job. Hä? You need transportation and a weapon to get started in this city. And I'm giving you bot. There's a car and there's a pistol inside. Oh. Oh. Please follow this gay pink error, I think. Oh. Yes. In this very not pink gay... Gedönse. This was the wrong button, older. Yeah. Oh. Alle flüchten direkt. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. You wanna see where the gang's so dreadvoll is? The big pink marker to the... La, la, la. Oh. There's a ghost when I drive the street. Yeah. I'm a girl. Oh. I'm a ghost driver. Yes. Let's drive around and follow the big gay arrow. And listen to this gay music. Who's arrow wants him? I. I like this car. Oh. Oh. Sorry, man. Old time. Hey, I will not see you. Hello. So. La, 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 la. La. Oh. I love... I like driving very much. Wuh. Wie gesagt, sollte ich... Oh. Ist das ein Runt? Nein. Oh. Aber er wird da. Lulululululul... Ich könnte ja die Treppe nehmen. Oh. Oh. Sorry, Old time. Oioyoyoyoy. Ich wollte den Lecranche aber fahren. Aber der hat auch so'n schönes, schwules Picks. Er musste sterben. Oh. Ey. 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 So. Ach. Das glaube ich schon ganz gut zu sehen. Ah. Hallo. Fahr nochmal. Fahr jetzt. Ah. Ähm. Jetzt. Oh. Sehr. The bell rings. Der Hund ringt. The bell rings. 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 Respekt. Ich rede doch nicht so schnell. Ich komm doch gar nicht mit. Schlau mal. Ja. Butter. Zucker. Milch. Ja. Okay. Ich glaub das sollte erstmal reichen. Oh. Moment. War da nicht ne Knarre drin? Wie konnte ich denn nochmal schießen? Ja. Er telefoniert da noch. Sorry. Okay. Looneyland. Ich möchte erstmal schießen. Wie kommt man denn nochmal schießen? Ich nenn's doof. Ah. Okay. Ich hab noch keine Waffe. Aber der hat doch gesagt, da ist ne Waffe in Zeit. Hm. Egal. So. Das sollte es jetzt erstmal sein. Das war nur ein kleiner Let's Play Test. Und mein Gott. Hast du es mal bald? Und ähm. Ja. Und dann schau ich mal, ob ich so mit allem klarkomme. Ja Mutter. Ich geh. Ah. Okay. Ich muss jetzt zur Nachhilfe. Mama hat gesagt, ich muss jetzt aufhören. Schönen Tag noch. Toot! Ah!